So Was sehen wir denn hier? Wie heißt die Scheiße da hinten? Raumschiff? Ja, die fette Gans, genau Geht raus? Boah Kein Kapitän B1 ist voll anscheinend Das kam von B1 Ich geh näher ran, warte Also Ich muss näher ran Das sind 700 Meter, kann ich nicht schleppen Ohne Visier Ab 500 Meter können die uns erfassen Mit der Rakete Ab 500, ja Guck mal Guck mal wo die Rakete herkommt Im Haus Ja Gieß da rein Kannst du aufmachen, ja Attacke, die kommt auf uns Der hat Langeweile Ganz oben Ganz oben Oh nein, das kommt nicht gut Bruder Das kommt nicht gut, Bruder Die kommen beide gleichzeitig Ja Ja, Bruder Wir sind schon fast tot Okay, Attacke Barriert uns Wo ist der Jet? Hinter uns Hinter uns glaube ich Ich kann ihn nicht sehen, Bro Ich suche und suche Nein, ich seh nix So Wieder B1 Ich flieg rein Da links ist der Der hat den anderen Heli angegriffen Alles gut Heli kommt auf uns von links Und Jet hinter uns Du ehrenloses Stück Scheiße Du ehrenloses Stück Scheiße Ja Ich hab Wärmesuche Ja, komm her Wo ist der hin? Seht ihr nicht B1 ist Action Rechte Seite vor der Brücke schon Ja Attacke Elie vor uns Der haut ab Attacke Elie auf uns Ja Okay Ich flieg über B1 schnell Ich flieg über B1 schnell Tja, Bruder legt sich hier Der stirbt nicht Auf dem äh Wüstenberg war einer Ja, da ist sie nicht Ja Heli über uns Der kommt Ja Ja, da ist sie nicht Ihr Nuttsinsinn Ja, ja Ja, ihr kleine Nuttsinne Bleibt zu Hause, kommt nicht zu uns, die kleinen Huren, sonst picke ich euch alle. A3, Bruder, Stadion. Haben wir, haben wir. A2 jetzt, rechts. Kann man da nicht reinschießen, wenn ich da reingucke? Diese Türen da oben. Aber, boah, die sind so nur haltbar, nein. Exit-Marke? Nicht den ganzen. Hier, wenn du hier reinballerst, zum Beispiel. Nein, nein, auch nicht mehr. Oh, scheiße. Alles gut. Auf A1 sind hier welche? Guck mal hier, auf Markierung. Da kommen so viele, Bro. Das ist auch ein Panzer, oder? Die Panzer zum Schluss. Nein, der ist nur zum Scherz. Ja, 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 ja. Wir haben vollen Kontrolle von Delta-Sektor. Objektiv los. Wir müssen gegen Kontrolle. Objektiv geschlossen. Objektiv geschlossen. By enemy forcesen. Halt forward. warte warte wir haben kam das war es eine hundschocke a1 weiter ich glaube die kommt wieder von zuhause auf unser zuhause dieser hurensohn er kommt oder er braucht wieder auf die fresse oder dreht weg ok a1 wieder weiter hol die infanterie scheiß auf ihn oder 1 genau da genau das ist ja jawohl man sie können werfen wie die wollen du fix sie trotzdem immer aber du fix sie trotzdem oder damals hier auf in der mitte ok jetzt muss ich mal auf die luft achten jet links von uns ok sehen wir sind alle dahinten bei e1 diese drei helis alter tschüss ein jet zwei helis ein little bird machen wir weiter 1 ich beobachte die hier Ich komme ein Fahrzeug hoch. Sollen wir den holen? Hier auf vier. Hat einen Unfall gemacht. Ja genau. Fahr rückwärts, du Hurensohn. Sollst du in die Reihen gehen, du Hurensohn? Sollst du in die Reihen gehen, ja? So, weiter. Oh, ich bin so abgefuckt. Ich bin nur am beleidigen, wie ein Idiot, Alter. Schwörst du immer. Noch nichts gegessen habe. Nee, das stimmt auch, ja. Jet? Ja. Liegt weg? Oder? Ja, ja, ja. Gedreht. Gedreht. Ein Jet unter uns. Unter uns bei A1. Ja. Liegt auch weg. Okay, machen wir weiter. A1. Unterstützen. A1. Jet kommt. A1. 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 Okay. Er kommt wieder. Da, da, da. Ich sehe nicht. Komm, du Nutzer. Er dreht weg. Ja, ja. Lass ihn mal näher kommen. Ich achte mal erstmal auf den Jet, der kommt wieder, glaube ich. Okay, nicht auf uns. Stell auf diesen Fettsack drauf. Feuer frei. Jawohl. Jet kommt von links. Nein, der dreht wieder weg. Ah, eins verlieren wir. Edi, komm, Bro. 12 Uhr. Darum. Soll er mal kommen, Bro. Direkt auf uns. Ah, unser Jet hat den angegriffen. Sauber. Bruder, der hat doch bei sich zu tun, der D1. Guck mal, wir haben doch D1. Warum greift der nicht da an? Warum will der zu uns? Sag mal bitte, das ist doch dumm. Der will sich nur noch ziehen. Die wollen nur uns, Bruder. H1, let's go. H1, let's go. Auf der Flagge? Nein, das ist ein Vogel. Kann schon mittlerweile unterscheiden zwischen Vogel und Mensch, ne? Bisschen, ja, aber... Jet? Am ersten Blick nicht. Okay. Jet hier am Schweben. Ja, ich sehe gerade. Tschüss. Oha, komm, jawohl. Jawohl, Junge. Wir waren in diesem Schwebemodus. In diesem amerikanischen Jet kann das, wie ein Helikopter zu schweben. Nächste Hurensohn. Jet oder? Ja, oder Jet. Ja, ja. Runter und reparieren. Bro, ich hab keine Flares. Hast du Stinger dabei? Jawohl. Komm rein. Ich bin drin. Ich bin drin. Der fliegt an uns vorbei. Jawohl, der gehört uns, Bro. Come on. Er dreht. Ja, ja. Verpiss dich lieber, du Hund. No, what? A1. Die rechte Seite. Full. Guck mal, die kommen alle dahin. Vom Stadion raus. Nein, nicht jetzt. Nicht jeeeetzt. Mein Gott, Alter. Weiter, Bruder. Bitte. Gib ihm. In der Mitte. Schau dir, dein Damatage. Schau dir, dein Damatage schütteln. Ein Ratten. Geht euch selber. Gut. Nein. Huh. Ja, da sind's zwei. Einer ist auf dem Stadion rechts. Heli. Unter uns. Geht nicht? Oder nein, Bro. Geht nicht, Bro. Geht nicht, Bro. Geht nicht. Ja, deswegen geht nicht. Leider ist das so, Bro. Sicher. Sicher. Ja, Mann. Sein Glückstag gewesen. Der Pferd fliegt an uns vorbei. Ja. Sorry. Ein unterwegs. Er muss hinten. Ja, der will zu uns. Hitt. Der Jet, oder? Nein, nein, nein. Ja, gesehen. Der kommt zu A1. Euer frei. Okay. A1, da war ich dabei. Noch kein Heli da oben. Komm, Caspar, du. Pingen, Mann. Echt, Alter. Ja. Der Jet kommt, Bro. 12 Uhr. Ja. Nein, der dreht noch. Sorry, sorry, sorry. Alles gut, alles gut. Wie der Kakerlaken da sind. Gib ihm, gib ihm. Wir haben gerade Zeit. Auf dem Stadion ist auch einer, glaube ich. Oder der ist tot. Und so, ja. Mach weiter, Bro. Was ist das für ein Verlieren gehen? Sorry. Jetzt. Okay, du Hurensohn, willst sterben? Kein Problem, du Nottensohn. Ich erfüll dir den Wunsch. Und goodbye. Ich erfüll dir den Wunsch. Ist doch kein Problem. Spiel euch alle. Kommt zu mir. Kommt zu einfach zu mir. Kommt alle einfach nachkommen. Ich habe jetzt ganz geschickt. Da ist ein Jet. Wie ist denn? Ich fliege vorbei. Ja, ja. Guck mal ins Stadion kurz. Da unten. Ja, das ist so eine Maschine. Der ist ja reingegangen. Reiß auf ihn. A1. Heli kommt. Nein. Das ist iklar. Nein, das ist Jet. Du treihander Hurensohn. Du treihander Hurensohn. Du treihander Hurensohn. Kommt alle. Ich f*** euch. Kommt her. Kommt her. Kommt alle. A1. Bruder. Nur A1. Gib ihm. Du glaubst. Heli? 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 Keine Hitmarker, Bro. Spiel will mich wieder ficken. Danke. Spiel will mich wieder ficken. Mach weiter. Oha, wohin mit dir? A1 mittig, da sind drei Kakerlaken, du willst da hinten holen. Hab ich doch. Jaja, aber du hättest drei Stück in der Zeit geholt. Immer die nähersten Ziele angreifen, Bro. Links unten auch, okay. Sauber, Maiky. Hol den ersten Platz, Bro. Nee. Heli vor uns. Ihr guckt uns schon an. Okay. Ja. Irgendwie wieder uns nicht passt. Er pisse dich. A1. Brauchst du selber nicht, dass du das überlebst. Ich kann nicht weiter runternehmen. Ja, ich geh weiter zurück. Ja, ich geh weiter zurück. Zwei Helis in der Nähe von uns. Der? Der unten, oder? Der hier, genau. Die Leute haben so viel Glück, ja. Ich glaub das nicht, Bro. Warum kommst du wieder zu mir nach Hause? Damit ich dich die Treppe runter trete. Du Hund. Du Hundeson. Ein dummen Idioten, Alter. Ein Hit. Und tschüss. A2. A2. Da unten läuft einer. Ja. Alles gut. Haben wir A2 mal wieder? Jawoll. Ja, er wird eingenommen. A1. A1, wieder eingenommen. A1. Ja, der stirbt doch. Theofol, nicht stimmt. Ja, wo kommt das? Weiß ich, das ist nicht so. Vielleicht ist er beim Anvisieren gestorben. Ja, ja. A1, weiter. Da rechts. Da rechts. Ja, genau. Vielleicht hat der uns... Da war noch einer hinterm Auto, ne? Oder? Ich weiß nicht, Konzer. Ja, hab einen. Da ist es der. Jet. Also jetzt ist der Jet okay. Hit, hit. Hit, hit. Wow, wow. Okay, stirbt. Da ist er abgegangen zu D1. D1. Es ist eh vorbei, Bruder. Ich flieg jetzt einfach rein. A1, gib ihm. Wollen wir das jetzt noch zum Schluss sterben? Und Hallo sagen, oder was? Auch, wir überleben das. Jawohl. Zweiter und du bist Erster. obwohl die uns so gehaktet haben brauche ich trotzdem gefickt also wegen uns haben wir nicht verloren gg wo das gott ist über erster bruder